Peter Pagel ist ein deutscher Theaterschauspieler. Leben Pagel arbeitete zunächst zehn Jahre in der damaligen Deutschen Demokratischen Republik als Chemiefacharbeiter, bevor er sich für eine Berufslaufbahn als Schauspieler entschied. Er absolvierte dann eine Schauspielausbildung an der Theaterhochschule Hans Otto in Leipzig. Pagel spielte als Theaterschauspieler ein breites Repertoire der Stücke der Antike, die deutschsprachigen Autoren der Klassik, insbesondere aber auch Stücke der moderne und des zeitgenössischen Theaters umfasste. Pagel wurde anfangs im Rollenfach des jugendlichen Helden und jugendlichen Liebhabers besetzt, übernahm jedoch bald auch das Charakterfach. 1982 erhielt er sein erstes Festengagement am Volkstheater Rostock. Von 1994 bis 2001 war er festes Ensemble-Mitglied am Theater Bremen. Er spielte dort unter anderem die Titelrolle in Faust in Hexenjagd, die Titelrolle in Tocquato Tasso und den Plyngwe in Armut, Reichtum, Tier und Mensch von Hans Henian. Von 2001 bis 2010 war Pagel festes Ensemble-Mitglied am Deutschen Theater Berlin. Seither tritt er dort weiterhin als Gast auf. Pagel trat am Deutschen Theater in mehreren Inszenierungen des Regisseurs Michael Thalheimer auf, als Odoado Galotti in Emilia Galotti, als Wagner in Fausti und in Faust II und als Arzt Relling in die Wildtinte. Weitere Rollen am Deutschen Theater waren unter anderem, Einstein in die Physiker Pastor Cazubel in Banberi, Ernst ist das Leben und der Arzt Dorin in die Möwe. In der Spielzeit 2009-2010 spielte er am Hans-Otto-Theater in Potsdam den Grafen Rupert in dem Schauspiel Die Familie Schoaffenstein von Heinrich, von Kleist. Seit der Spielzeit 2010-2011 ist Pagel festes Ensemble-Mitglied am Hans-Otto-Theater. Dort spielte er bisher unter anderem den Richter Thjabken in der Tragikomödie der Revisor, den Müll-Kutscher Alfred P. Doolittle in dem Musical My Fair Lady und den Jupiter in Amphitryon. Filmografie, 2002, Emilia Galotti, 2008, Was ihr wollt.